Hi Friends, ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, dieses Video habe ich jetzt über ein Jahr lang angekündigt und ich habe mich nicht getraut, ich habe es nicht geschafft. Irgendwie ist das so in Vergessenheit geraten, weil einfach Alltag dazwischen kam. Aber heute ist es soweit und ich erzähle euch in diesem Video, welche Produkte es vorerst nicht zu Giacomo Cosmetics geschafft haben und auch warum. Wir haben wirklich viele spannende Produkte hier und es bricht mir das Herz, sie zu exposen, aber da wir bald umziehen und ich wirklich ein bisschen Platz machen muss, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mir die Produkte jetzt alle nochmal aus dem Archiv raus und zeige sie euch und kann mit euch dann auch einfach in den Kommentaren so ein bisschen darüber sprechen, welche Produkte interessieren euch vielleicht doch, welche Produkte soll ich vielleicht doch nochmal ins Auge fassen. Einige kennt ihr auch schon, aber ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Ich mache einmal schnell meine Base, denn wie ihr wisst, habe ich weder Foundation noch Concealer rausgebracht. Ich benutze jetzt hier einfach die Forever Skin Glow Foundation und mache das einmal schnell und erzähle euch so ein bisschen, wie das Ganze eigentlich zu Giacomo Cosmetics gekommen ist. Ihr wisst, ich habe ja im September 2020 mit Catrice die Palette rausgebracht und die kamen so gut bei euch an und ich dachte mir, hey, eigentlich möchte ich das Ganze auch machen. Ich möchte wissen, wie funktioniert es, eine eigene Marke zu haben, wie funktioniert es, ein richtig, richtig cooles, eigenes Projekt zu haben und habe mich dann auch direkt im Oktober, glaube ich, sogar schon herangesetzt und habe auch wirklich spannende Sachen herausgefunden und auch sehr, 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 sehr viel gelernt. Ganz wichtig ist mir, dass ihr, solltet ihr wissen, um welche Person es sich handelt oder solltet ihr wissen, warum es zu diesen Entscheidungen gekommen sind oder ist, dass ihr niemandem böse Sachen schreibt. Ich weiß, das tut ihr nicht, aber es gibt ab und zu doch nochmal Leute, die das Ganze so ein bisschen falsch verstehen vielleicht. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass wir da niemandem auf die Füße treten. Und ich habe dann überlegt, okay, was möchte ich machen? Was kann ich mir zutrauen? Worauf habe ich Lust? Und ganz wichtig ist, ihr dürft nicht vergessen, Giacomo Cosmetics ist nicht daraus entstanden, um damit Geld zu verdienen für mich, sondern ich habe eine GmbH aufgemacht, die gibt es ja auch noch. Ich wollte einfach das so ein bisschen Spaß und selber machen. Ich wollte mal schauen, wie das Ganze so funktioniert und ihr wisst, ich liebe Make-up und mir macht es auch super, super viel Spaß, Make-up-Produkte auszuprobieren und zu testen und zu entwickeln. Deswegen habe ich ja auch schon so viele Produkte rausgebracht. Und ich habe dann gedacht, okay, die Lidschattenpalette kam so gut bei euch an, ich möchte meine eigene Lidschattenpalette machen. Und dann habe ich mich daran gesetzt und habe tatsächlich auch eine Lidschattenpalette entwickelt. Die werdet ihr gleich sehen, zumindest ein Teil davon. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen naiv, weil ich gedacht habe, das ist alles viel, viel einfacher als gedacht und ich mache das ja alles alleine und dachte, ja, suchst du dir jemanden, der das produziert, dann kaufst du das ein und dann kannst du es vertreiben. Aber es ist ja bei weitem, bei weitem nicht so einfach, wie es sich vielleicht anfühlt. Also habe ich mir Kontakte gesucht, die ich schon kenne, wo ich weiß, die können gute Sachen vielleicht machen und habe mit denen auch ganz viel gesprochen, einfach um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und habe dann wirklich viele tolle Produkte zur Bemusterung gegeben. Und ihr werdet auch gleich viele sehen. Und ich hoffe, ihr seid nicht traurig, dass es die so zumindest erstmal nicht gibt. Ich gebe euch natürlich auch immer den Grund dafür dann an, sofern ich das darf. Denn, also, okay, anders. Ich wollte mit einer Lidschattenpalette starten. Die seht ihr gleich. Und dann kam ein Patentstreit. Denn ich wurde von jemandem, angezeigt ist das falsche Wort, aber ich wurde gemeldet mit dem Namen meiner Firma. Und daraufhin ist ein sehr, sehr teurer Rechtsstreit entstanden, der auch mehr oder weniger noch läuft. Wir haben uns einigen können. Aber wenn du schon eine Lidschattenpalette geplant hast, fertig bemustert hast, wenn du schon Lashes und Spiegel diese ganze Kollektion hast und dann kommt dieser Rechtsstreit und dann denkst du dir so, nee, kannst du nicht machen, kannst du nicht rausbringen. Also musste ich das Ganze erstmal so ein bisschen pausieren. Die Lidschattenpalette war noch nicht in Produktion, Gott sei Dank. Weil das wären viele, 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 viele tausend Euro gewesen. Und das ist ja alles mein Geld. Ich habe ja keinen Investor oder so, ne? Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach die Lashes und den Spiegel und die Lidschattenpalette wird erstmal gecancelt. Warum es gecancelt wurde, sage ich gleich. Ich habe jetzt aber erstmal kurz meine Base gemacht und starte tatsächlich mit einem Bronzer. Auch ich hatte einen Bronzer Mitte 2020 in die Entwicklung gegeben. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Bronzer. Vor allen Dingen Maxim A war wirklich, wirklich super, super gut. Ein super schöner, kühler Bronzer. Und den habe ich dann immer mit Maxim C so ein bisschen gemischt. Einfach um, ja, wie so eine schöne, kühle Kontur zu haben. Ich habe den Bronzer gemacht und war auch eigentlich mit der Qualität des Bronzers und der Größe des Bronzers super, super zufrieden. Aber dann kam halt auch dieser Rechtsstreit. Also ich hatte alle Produkte, die ihr seht, sind parallel entstanden. Ich wollte mit einer kompletten Kollektion gleich starten. Mit einem Knall wollte ich starten. Und dann habe ich mir überlegt, okay, der Bronzer ist fertig. Die Blushes sind fertig. Die Lidschattenpalette ist fertig. Die Lashes sind fertig. Und dann kam halt dieser Rechtsstreit mit rein. Ich habe das alles andere erst mal platziert, weil von den Lashes habe ich nur eine kleine Stückzahl gekauft. Ich wusste, das ist ein Produkt, was vielleicht zur Kollektion gekauft wird. Aber der Fokus lag auf den dekorativen Produkten. Wenn ich das jetzt mache und diesen Rechtsstreit verliere, bin ich pleite. Nicht nur die Firma, sondern auch ich, weil ich bin die Firma so ungefähr. Und ich habe gesagt, okay, das kann ich nicht machen. Dann habe ich überlegt, wie mache ich denn jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, okay, wir bringen den Bronzer alleine raus. Und ich liebe die Farbe des Bronzers, beziehungsweise der drei Bronzer. Aber mir ist dann bewusst geworden, dass ich für die Firma inklusiver sein wollte. Und mit einer Farbe, beziehungsweise mit drei Farben und eines Bronzers rauszukommen, hätte sich nicht richtig angefühlt für mich. Und das wäre damals auch nicht möglich gewesen, vor zwei Jahren zu sagen, okay, ich bringe vielleicht fünf verschiedene Bronzerfarben raus. Also habe ich mich gegen den Bronzer vorerst entschieden, weil es finanziell einfach auch nicht möglich war. Der Bronzer ist aber nicht weg, beziehungsweise das Thema Bronzer ist nicht weg. Ich arbeite tatsächlich an einer neuen Formulierung. Ich habe nämlich eine neue Innovation mitbekommen, die ich persönlich super, super schön finde. Und ihr müsst wissen, jedes Sample, was ich bestelle, kostet ja auch schon Geld. Es muss produziert werden, die Maschinen müssen eingestellt werden. Das kostet alles unheimlich viel Geld und war am Anfang einfach noch nicht umzusetzen. Also habe ich den Bronzer beiseite geschoben. Und dann habe ich gesagt, okay, eine Blushpalette kann ich machen. Und ich habe hier vier Blushes. Ein Hot, Hot Pink, einen super knalligen, orangenen Blush und einen etwas kühleren. Den vierten habe ich leider nicht mehr gefunden. Der war sehr inclusive, der war sehr, sehr dunkel, fast schon in so ein dunkles Lider. Und ich nehme tatsächlich hier diese Farbe hier. Ich liebe diesen Blush. Allerdings zum Thema Blush habe ich mir gedacht, okay, es hätte keinen Sinn gemacht, den... Also, ich darf nicht zu viel verraten. Die Kollektion und das ganze Packaging war alles zusammen. Also es sah alles gleich aus. Die Palette sah aus wie die Blushverpackung und die wie die Bronzerverpackung. Ich dachte mir, okay, cool, alles sieht super harmonisch aus. Dadurch, dass aber die Lidschattenpalette gecancelt wurde und die Bronzer gecancelt wurden von mir, habe ich mir gedacht, okay, ich gehe noch ein bisschen mit Orange Lüge drüber. Dann brauchst du das auch nicht mehr machen. Also habe ich diese drei Blushes erstmal gecancelt. Sie waren auch am Ende nicht so, wie ich sie haben wollte vom Packaging her. Das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht umzusetzen. Und ich habe auch diese gecancelt. Was aber nicht heißt, dass keine Blushes rauskommen. Ich probiere jetzt mit meiner Marke alles so ein bisschen inklusiver zu machen, was die Farben angeht, was das Packaging angeht. Und was den Preispoint angeht. Denn die Produkte, die ich bemustert habe, wären im Einkauf so teuer gewesen, dass ich die Preise, die ich für mich entschieden habe, die Jakobmo Cosmetics sein soll, ein mittleres Preissegment, im Idealfall, soweit es geht nach unten, wäre nicht umzusetzen gewesen. Und ich wollte nicht mit einer Vierer Blushpalette für 60 Euro rauskommen. Ich wollte nicht mit einer Lidschappenpalette für 50 Euro oder für 70 Euro rauskommen. Ich wollte nicht mit einem Bronzer für 40 Euro rauskommen. Weil die Stückzahlen damals, die ich hätte eingekauft, waren so gering gewesen wären, aber trotzdem sehr hoch gewesen wären, dass ich gedacht habe, das Risiko ist jetzt gerade noch zu viel. Also kamen die Lashes und die Spiegel raus. Parallel habe ich an einer Formulierung gearbeitet, die wunderschön ist. Das ist hier ein Stock Packaging. Es hat schon Haarpellen. Es ist ein Puder. Und das ist ein Finishing Powder. Und das habe ich tatsächlich noch nicht abgeschrieben. Ihr seht das. Das ist wie so ein... Face Powder. Was der Haut so ein bisschen Glow gibt. Ich glaube, das alles war gerade so ein bisschen verwirrend, weil ich mich nicht traue, so viel zu sagen, weil es halt auch teilweise wirklich laufende Verfahren sind und ich Klagen rausschicken musste bis zum Umfallen und ich verklagt wurde. Und wenn du... Ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze hier alleine mit so einem Traum im Kopf, so ein bisschen grün hinter den Ohren. Und dann kriegst du so einen Zettel von einem der größten Anwaltskanzleien Frankreichs. Eine der größten Anwaltskanzleien Deutschlands. Mit Klagen von Summen. Da fällst du hinten um. Und ich als kleiner Verträumter, der sich das alles so ganz leicht und schön vorgestellt hat, am Anfang zumindest, bist du dann natürlich ein bisschen überfordert. Und dann habe ich das Ganze erst mal pausiert. Das ist die Giacomo Cosmetics Boho Vibes Palette. Wir haben ein wunderschönes Boho Packaging. Farblich angepasst, so ein bisschen an die Lashes. Hinten, ich muss ein bisschen verstecken, hinten die Ingredients, das Packaging. So wunderschön. Leider sind in dieser Palette nur noch vier Farben drin. Die anderen sind in den letzten zwei Jahren tatsächlich kaputt gegangen, weil sie auch nicht eingeklebt waren. Wir haben Cozy, wir haben Boho, wir haben Soul, wir hatten Flower, wir hatten Faith, wir hatten Karma, Love, Truth and White. Ihr könnt das Farbschema schon so ein bisschen erahnen. Es war recht clean, es war recht schlicht. Wir hatten aber auch ein knalliges Blau. Wir hatten ein knalliges Pink mit drin. Und sonst eher so ein bisschen toned down. Und damit schminken wir jetzt was. Ich starte mit der Farbe Boho. Das Problem bei dieser Palette, was ich so ein bisschen hatte, war das Kickback tatsächlich. Sie ist extrem krass pigmentiert gewesen. Made in EU. Das ist ja auch ein Anzeichen, oder das war ja auch ein Wunsch von mir, so viel es geht, so regional wie möglich zu produzieren. Und ihr seht sofort die Farbe. Es ist so ein perfekter Neutral Brown Tone gewesen. Und super gut pigmentiert. Ich war mit der Formulierung nicht ganz so zufrieden. Mir war es ein bisschen zu trocken. Aber die Farben waren perfekt. Und das sind auch nicht die Final Samples. Ich hatte die Final Samples, weil ich so enttäuscht war damals, als ich das canceln musste, weil das auch schon so viel Geld gekostet hat. Alles. Da habe ich das alles weggemacht und hatte jetzt nur noch ein paar Samples gefunden. Ich blende euch hier mal ein paar Designs ein, wie die Palette zwischendurch aussah, wie die Farben aussahen. Und das hat mir wirklich das Herz gebrochen, diese Palette canceln zu müssen. Das Problem war natürlich einmal, dass dieser Markenrechtsstreit bestand und es mir zu teuer war. Für euch. Ich hätte die Palette für um die 70 Euro verkaufen müssen, bei der Stückzahl, die ich hätte einkaufen wollen. Und das war mir persönlich einfach zu viel für euch. Und, also, versteht mich nicht falsch, ich habe mir aus meiner Firma noch nicht einen einzigen müden Pfennig ausgezahlt. Nicht einen. Alles bleibt in der Firma, um zukünftig bessere und spannende Produkte zu produzieren. So wie vielleicht mal eine Lidschattenpalette. Ich gehe in die Farbe Fave und dunkel mir das Ganze komplett ab. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, der Patentstreit ist gerade wirklich kurz vor der Eskalation. Ich lasse es. Dadurch wurde die Palette gecancelt. Und das war, das tut mir immer noch leid, weil ich die Palette einfach über alles geliebt habe. Vom Design. Ich habe jede einzelne Formulierung selber zusammengemischt. Ich habe jedes Design, jede Blume hier händisch auf die Verpackung raufgemalt und designt und habe so viel Liebe und Zeit da reingesteckt. Und dann ist es einfach wegen einem Patentstreit und wegen den finanziellen Möglichkeiten damals nicht umgesetzt worden. Ich hoffe, ihr versteht das Video nicht falsch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass... Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass wenn Leute ihre eigenen Marken haben, dass halt zu wenig offen kommuniziert wird. Klar, es gibt Geschäftsgeheimnisse. Auch die würde ich persönlich nicht öffentlich machen. Aber Produkte, die es nicht geschafft haben und so, wie ihr sie jetzt gesehen habt, werde ich sie natürlich auch niemals so rausbringen. Aus den genannten Gründen. Es ist mir nicht inclusive genug gewesen. Es ist mir nicht möglich gewesen, das Produkt umzusetzen. Es gab Patentstreit. Es gab persönliche Auseinandersetzungen mit Produzenten und Leuten. Und meine Vorstellung. Ich hatte halt ganz genaue Vorstellungen. Den wichtigsten Teil hatte ich tatsächlich vergessen. Es gab Personen, die meine Produkte übernommen haben. Eins zu eins. Aber es gab Firmen, die meine Produkte in ihr Sortiment gebracht haben mit meinen Formulierungen. Und deswegen habe ich sie dann natürlich auch nicht rausgebracht. Weil ich bin dann am Ende derjenige. Ich wäre als nächstes gekommen. Ich hätte das kopiert. Und das ging nicht. Für die Qualität der Produkte und für den Preis der Produkte. Und wenn das halt nicht umgesetzt werden kann, dann ändere ich nicht das Konzept der Firma, sondern dann muss ich sagen, okay, ihr seid der Fokus und ich ändere das Produkt und nicht die Firma. Wisst ihr, was ich meine? Also sitze ich gerade an einem neuen Projekt, was auch jetzt eigentlich final ist. Heute tatsächlich ist das Final Packaging gekommen. Es geht jetzt dann in den Stabilitätstest. Und dann hoffe ich, dass es dieses Jahr noch was wird. Durch, also wir hatten ja auch Corona. Wir hatten ja auch so viele Probleme auf der Welt, die damit reingespielt sind. Und so eine Verpackung, die zu importieren, dauert sechs Wochen, acht Wochen teilweise. Je nachdem, ob du das Flugzeug nimmst, ob du das Schiff nimmst, ob du den Zug nimmst. Ich probiere natürlich immer den klimaneutralsten oder den klimafreundlichsten Weg, also den Zug zu benutzen. Aber Zug kann manchmal acht bis sechzehn Wochen dauern. Und das ist dann ein bisschen günstiger. Aber durch Corona waren die Preise des Imports einfach so teuer. Da hat nur der Versand der leeren Verpackungen mehrere tausend Euro. Dass ihr diese Dimensionen mal versteht. Weswegen es halt auch so für kleine Firmen super, super schwierig ist, günstige Produkte umzusetzen. Weil einfach die Preise so enorm ist. Hier ist ein Pinsel, den ich mit Letizia überlegt hatte und für den rausbringe. Ich glaube, dass ich euch das so ein bisschen schuldig bin, weil ihr seid ja am Ende die Konsumentinnen. Und ich mache ja Produkte, die euch gefallen. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, Produkte rauszubringen, wo ich gesagt habe, das ist zu teuer für dieses Produkt mit meinen Vorstellungen. Klar kann ich einen Cash Grab machen und sagen, den Bronzer oder den Blush oder das Puder oder die Lidschattenpalette verkaufe ich für mehr. Aber das ist nicht die Position, die ich mit meiner Marke haben wollte. Auf jeden Fall schade um die Lidschattenpalette. Ich liebe die Farben. Ich liebe diesen dunklen, matten, braunen Ton. Ich mache einmal schnell ein bisschen Mascara rauf und zeige euch dann noch ein Produkt, was ihr eigentlich schon kennt. Beziehungsweise zwei, denn ich habe auch an Lipglossen, beziehungsweise an Liquid Lipsticks gesessen. Und die sind eigentlich farblich perfekt. Es hat sich dann aber einfach so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum. Es kamen halt so viele Sachen dazwischen. Die Rivalasmi-Kollektion kam. Und irgendwie habe ich das dann auch nicht mehr weiter verfolgt, weil wir haben alle eine Maske getragen. Und ich habe hier zwei Liquid Lipsticks. Einmal in so einem Hot Red und einmal in diesem wunderschönen New Ton. Ich zeige euch einmal kurz diesen roten Ton. What is this? Wie wunderschön ist bitte diese Farbe. Ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn immer noch. Ich benutze die auch. Und ich weiß, dass irgendwann, wenn die Zeit reif ist, ich diese Produkte rausbringen möchte. Einmal ein bisschen Lip Liner und dann gehe ich mit der Farbe... Ach Gott, ich habe den Namen vergessen. The Prettiest Nude Ever. Ever, ever, ever. Das Herz zerreißen gerade. Was ich sehr, sehr gerne gemacht habe mit dem roten... Ich habe mir einen Blush Brush genommen. Und bin dann ein bisschen rübergegangen. Man konnte die auch super gut miteinander mischen. Und das ist der Look mit vielen, vielen Produkten von Giacomo Cosmetics, die es bis jetzt erstmal nicht geworden sind, aus diversen Gründen, von denen ich mich jetzt trennen kann. Was natürlich nicht heißt, dass es niemals solche Produkte gibt. Und vergesst nicht, das ist ein normaler Prozess. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass du dich hinsetzt und Produkte, viele, viele, viele Produkte und Samples durchtestest. Und in die Entwicklung gibst und sie dann kurz vor Ende, dann sagst, Nee, das ist es doch nicht. Das ist nicht das, was ich jetzt zu dieser Zeit für diese Marke sehe. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, diese Produkte vorerst, so wie sie sind, nicht rauszubringen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr könnt mir trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, welche Produkte euch von Giacomo Cosmetics natürlich interessieren würden. Ich lese immer ganz gerne eure Nachrichten, eure Kommentare. Einfach um auch zu sehen, welche Produkte interessieren euch. Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr eher weniger sehen? War hier vielleicht ein Produkt dabei, wo ihr sagt, okay, macht das trotzdem? Dann bin ich natürlich super gespannt auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende, ihr Süßen. Tschüss.